Oft haben Produkte offizielle Listenpreise, die man an Kunden rausschickt und die gelten für eine gewisse Zeit. Das heißt, zum Beispiel hier habe ich jetzt ein Produkt und dieses Produkt hat diesen Listenpreis. Das heißt, ich muss dieses Produkt einem Kunde zu diesem Preis verkaufen. Listenpreise sind ganz schön, okay, wenn man jetzt ein Standardprodukt hat. Aber was ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel etwas ändere, ein anderes Laufrad nehmen oder ein anderer Motor? Was passiert mit dem Listenpreis? Bei Kalkwerk ist es so, dass der Listenpreis ändert sich mit den Änderungen. Das heißt, wenn ich jetzt ein anderes Laufrad nehme, die Differenz zwischen dieses Laufrad und das vorige Laufrad wird mit dem Listenpreis kalkuliert. Deswegen hat der Listenpreis immer dieselbe Distanz zu dem Stückpreis. Wenn man vorher sieht, das ist jetzt 5,1 vis-a-vis 5,2. Wenn ich jetzt das ändere, dann sieht man, die Differenz ist immer noch dasselbe. Das ist immer noch an die, man sieht, die Differenz ist immer diese fast 78 Euro. Okay. Und das ist, was das Listenpreismodul macht, ist, subtrahiert das Standardlaufrad weg und addiert dieses neue Laufrad. Ja, genau dasselbe beim Motor und genau dasselbe bei der Montage und was immer. Das heißt, als Verkäufer habe ich dann somit zwei Preise. Einmal der Stückpreis, der ist aus den Herstellungskosten errechnet. Diese Herstellungskosten mal diese zwei Faktoren, komme ich auf den Stückpreis. Und dann habe ich den zweiten Preis, der ist aus dem offiziellen Listenpreis kalkuliert. Und der bietet mir eine Referenz, der zeigt mir, ich denke hier in dem Fall gar nicht so schlecht, weil ich kann dem Kunde den Preis anbieten und kostentechnisch ist der Preis, der, oder sagen wir mal so, der Preis wurde aus den Kosten rausgerechnet. Auch wenn man jetzt einen Rabattsatz hinzufügt, zum Beispiel jetzt hier 55 Prozent, ändert sich der Nettopreis, ist dann quasi der Stückpreis mal Rabatt. Und Sie sehen da, da ändert sich der Listenpreis dementsprechend. Und das ist der Sinn dieser Listenpreisfunktion, ist, sie bietet die Möglichkeit, Produkte mit Listenpreis zu versehen. Und diese Listenpreise variieren sich mit einer Konfiguration, die vom Standardprodukt abweicht. Vielen Dank.